Wenn solche Live-Paintings entstehen, dann ist das auch für mich eine Herausforderung, weil es Publikum da sind Erwartungen da und dann entsteht eben bei einem gewöhnlichen Abend ein Bild innerhalb von drei bis vier Stunden. Es ist alles Intuition letztlich. Ich habe zwar meine Skizze, es ist aber so, dass ich dann das Motiv schon im Kopf habe. Ich richte mich also lediglich nur nach den Farbvorgaben und alles, was meine Arbeitsweise betrifft, ist Intuition. Wirklich Wahnsinn, weil ich kann überhaupt nicht zeichnen. Und das schaut schon mal sehr gut aus. Man ist so vertieft in die Arbeit, dass man letztendlich überrascht ist, dass so viel Zeit da hingegangen ist. Man ist so vertieft. 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 Man ist so vertieft.